Die 16-jährige Jennifer strahlt über beide Ohren. Hat sich die junge Kärntnerin da etwa verknallt? Das ist aber echt süß. Ist das der Beginn einer Love Story? Eigentlich sollten sich die Austria Snacks Topmodel-Kandidatinnen heute ausschließlich auf den Sport konzentrieren. Denn am Militärplatz in Linz werden die Mädchen auf die Härten im Modeljob vorbereitet. Das ist ganz wichtig, weil du kannst es schon mit Militär vergleichen, weil nur derjenige, der Durchschnittsvermögen hat und Ausdauer hat, kommt auch weiter. Weil das hat jetzt nicht unbedingt etwas zu tun mit, ich fliege von A nach B, sondern eher auch mit Shootings, wo teilweise körperliche Anstrengung gefragt ist, auch mit Disziplin in Kälte ausharren und so weiter. Also es ist nicht einfach nur so, dass mir das zum Spaß macht. Als erstes wird gleich mal das Durchhaltevermögen der Mädchen getestet, das Bayer-Kandidatin Anna zu wünschen übrig lässt. Beim Laufen stoßen die Kandidatinnen erneut an ihre Grenzen. Doch dann bekommt Jennifer Hilfe von einem jungen Soldaten. Ja, also ich hätte mir gedacht, sie tut sich vielleicht leichter, wenn neben mir wer läuft und wer ein bisschen hilft dabei. Und es hat ganz gut geholfen. Ja, das war total nett, dass ich beim Laufen Unterstützung kriege. Ich bin heute so gelaufen und ich habe wirklich keine gute Ausdauer mehr. Und dann war dann auf einmal jemand, der ist dann neben mir gelaufen und ich dann nur noch gegangen eine Zeit lang. Und ich so, du kannst drück vorlaufen und dann Anna und bin voll motiviert und weiterlaufen und ab drüben dann laufen wir wieder und so. Das war eh total nett. Bei so viel liebevoller Unterstützung werden die anderen sogar richtig eifersüchtig. Ich hätte ein männlicher Wille gehabt und ich nicht. Ja, das fand ich eh wohl lieb. Ich hätte es auch gerne gehabt, also ich würde ein bisschen motivieren. Diese Sonderbehandlung ist nur für Jenny bestimmt und die genießt es sichtlich auch, um gart zu werden. Aber es war natürlich total nett, dass er da neben mir gelaufen ist, dass sie da keine Minute beschwärmt ist. Das war echt süß. Was es mit Jennys kleiner Love Story auf sich hat und was die Mädchen beim Militär noch alles erwartet, sind sie am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Austrias Next Topmodel.